Hallo zusammen! Viele von euch kennen ja die Notenbuchreihe 100 Hits in C-Dur. Nachdem ich vor einiger Zeit bereits für das Genos Registrierungen vorbereitet hatte zu Band 2, habe ich mich nun an das PSR Keyboard drangesetzt und habe aus Band 2 50 gut spielbare Stücke ausgesucht, hierzu die Registrierungen erstellt. Pro Titel gibt es mindestens drei Registrationen und ich setze sehr oft Multi-Pad ein und zwar Gitarrensouts. Wer Interesse an diesen Registrierungen hat, ihr findet die in meinem kleinen Webshop. Ja und hier einige Kostproben. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020